Moin Moin und Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Moonlighter hier auf der Nintendo Switch. Wir befinden uns im fünften Dungeon, im unbekannten Dungeon und haben schon schockierende Nachrichten gelesen. Eine außerirdische Spezies, die verloren war und die haben sie gerade wieder geöffnet bzw. befreit. Kommen wir weiter. Wo ist der Schleim? Kann man hier links weiter gehen? Ach guck mal, man sieht immer so kleine Lücken. Das ist der Wüstendungeon. Inzwischen sieht man auch den Walddungeon. Das ist einer von den ersten hier. Okay, was geht da rein? Ich bin ja gespannt. Gruselig sieht es auf jeden Fall aus, aber es wird irgendwas mit der außerirdische Kultur zu tun haben, glaube ich. Zumindest wirkt es so. Und wir können dann Level 2. Die müssen wir nicht machen. Okay, sieht aus, als kommt endlich jemand zu unserer Rettung. Es gibt keine uralten Ruin, Junge. Wir sind Piraten. Ich selbst. Meine toten Kameraden. Und du? Seit so vielen Jahren hier gefangen. Der Freiheit beraubt. Ich muss einiges nachholen. Meine Mannschaft. Verstärken. Rauben, Plündern und Brandschatzen. Aber ich danke dir für deine Hilfe. Daher darfst du gehen, Junge. Ich sagte gehen. Okay. Oh, der. Wow. Die Schaden mache ich nicht gerade, aber. Oh, der Dachs. Okay, was macht er jetzt? Oh. Ein Schwein. Oh. Was trinken? Trinkt nur das Rollen, was? Man kann also mich nicht treffen? Na, wir haben ihn! Schwein! Oh, was ist das? Wär auch so leicht gewesen, glaub ich. Wahrscheinlich ein neuer Haus. Ne. Geht da? Ach du Scheiße. Jetzt geht's wahrscheinlich richtig los. Oh! Wir machen auf jeden Fall Schaden. Ja, hier nicht. Hier macht mir Schaden. Oh, da kommt er. Alles. Geht mal wieder was. Ah! Ich kann hier nicht weg. Also. Jetzt aber. Boah. Wie fies war das denn? Hat er mich herangesaugt? Boah. Wie viel war das denn? Hat er mich herangesaugt? Oh. Kann auch passen. Heißes Schaden. Wer wirklich in die Reihen geraten? Kann auch nicht bekommen. Boah. Boah. Okay. Der ist gar nicht so leicht. Ähm. Wir müssen noch mal angehen. Das ist so ein ganz schöner, ganz schöner kleiner Kolostow. Ah. Okay. Aber der ist zu schaffen, glaub ich. Wir gucken mal, ob wir neue Ausrüstungsgegenstände bekommen oder irgendwas. Ich weiß es ja nicht. Vielleicht kriegen wir es ja. Ich glaub aber nicht. Mal gucken. Ähm. Leider nicht. Gerade. Das wäre natürlich ein Highlight gewesen. Aber. Wir holen uns mal kurz hin. ein paar getränke noch mal zauberung und jetzt haben wir nicht getränke wir können nur fünf nutzen aber ich kaufe es einfach ein paar mehr einfach ein grund aber der war das ist schon mal eine herausforderung jetzt der kampf deswegen gehen wir noch mal rein direkt so warte mal getränke müssen auch auswählen hoch gucken wir doch was mal geht die gegner waren ja nicht das heißt wir müssen den ganzen dungeon wieder hoch laufen was ein bisschen irritierend ist und nervig hoffen wir mal dass es irgendwie einfacher geht das nicht einmal machen muss ich glaube jetzt auch noch mal müssen noch mal machen wir versuchen so oft dass wir den gegner schaffen ein bisschen albern dass man da unten anfangen muss und den ganzen weg hochlaufen muss hier keine gegner sind wenn man sich auch sparen können hier oder was ist denn das hier überhaupt na gut so dann schon zwei ein bisschen albern aber was soll's so bei der wo das kommt raus und wir müssen wir ja kennen wir sie auch ungefähr wieder jetzt drauf ist und mal bei den killen wenn wir gekillt haben ob wir danach dann vielleicht so bei der Wollte ich eigentlich nicht killen. Ich wähle ihn jetzt einfach so, weil ich bin einfach eingetränkt gleich benutzen. Aber ich dachte vielleicht, wir könnten da nochmal... Wir können nicht in unseren Rucksack rein. Wir müssen beide mit der Energie killen, die wir jetzt haben. Aber ich brüche jetzt nochmal auf unser Leben. Wie viele macht er davon? Drei? Dann schießen wir weiter auf ihn. Das war ein fauler Kampf, aber vielleicht kriegen wir ihn so kratz. Oh. 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 Ah. Oh, sehr gut. Ah, Moment. ! Das war. So, jetzt springen und rollen sollte das Klappen sein. Ich hoffe, das war da jetzt. Also dreimal schlagen, springen, dreimal schlagen, springen, dreimal schlagen, springen. Das ging eigentlich ganz gut. Weil dann immer seine Druckwelle kam. Ich hoffe, das ist ja alles grün. Man sieht mich nicht mehr. Okay. Und war es das jetzt? Jetzt ist was Neues. Oh, jetzt kommen sie alle. Jetzt hört mal, ihr könnt doch nicht einfach die Dungeons absperren. Was glaubt ihr eigentlich, wer ihr seid? Pass auf, alter Mann. Diese Dungeons bestehen aus Teilen anderer Dimensionen. Sie existieren nur, damit man sie einfach und schnell plündern kann. Hast du echt geglaubt, diese Artefakte würden an Bäumen wachsen? Ich fülle mir diesen respektlosen Ton. Ihr seid hier Gäste. Genom all das ist wahr. Warum taucht ihr erst jetzt auf? Die Dungeons sind schon seit Ewigkeiten hier. Das ist eine sehr komplizierte Angelegenheit. Höflichkeit gehört gerade nicht zu meiner Prioritäten. Wir verfolgen diese Gauner schon länger, als eines eurer Leben dauert. In der Geysir-Dimension haben wir sie verloren und seitdem fehlte jede Spur von ihnen. Irgendeines ihrer Signale muss kurz und aktiviert worden sein. So konnten wir sie auf dieser Welt orten. Diese anderen, von denen ihr andauernd sprecht. Wer sind die? Dimensionspiraten. Piraten. Dimensionspiraten. Dimensionspiraten. Ein Volk von Kreaturen, die nur aus Dimensionsfluiden bestehen. So konnten sie rechtzügig interdimensionale Reistechnen entwickeln. Anstatt ihr Wissen zu teilen, raupen sie andere Dimensionen aus. Unseren Berichten zufolge verstecken sie sich hinter dieser Tür. Wer kommt da raus? Ich. Hallöchen. Wer ist dieser Junge? Er ist kein Pirat, oder? Natürlich ist er das nicht. Will. Wie du aussiehst. Alles in Ordnung mit dir, Jungchen? Was hast du gesagt? Du hast gegen einen quallenartigen Roboter gekämpft? Das muss ihr Boss gewesen sein. Unsympathischer Kerl. Und du sagst, dass du dort sonst keine Kreaturen mehr sind? Sie haben sich gegenseitig getötet, weil sie dort festsaßen? Ist ja köstlich. Fast zu gut, um wahr zu sein. Warte bitte kurz. Ich muss die Lage mit meiner Crew besprechen. Leutnant. Die Leute müssen weg. Wir brauchen Platz. Aye, Captain. Abgesehen von diesem alten Mann und dem Jungen, die aus der Tür kamen. Wir raten. Jetzt diese Typen. Alles samt Liebe. Okay, Leute. Hier gibt es nichts zu sehen. Ihr habt den Captain gehört. Ihr müsst nicht unbedingt nach Hause gehen, aber... Ihr solltet. Wer weiß, wie lange es noch da ist. Alles klar? Bewegung, bitte. Ne? Hier, sie gehen alle. Nach längerer Beratung bin ich zu einem Urteil gekommen. Wegen Beteiligung am Raub von außerdimensionalen Artefakten wird jeder auf diesem Planeten verhaftet. Nun ja, zumindest sollten wir das tun. Aber der Junge hat uns geholfen, die Piraten auswendig zu machen. Hat sogar höchst eigenhändig den Piratenboss besiegt. Sagen wir einfach, ich streiche den Diebstahl aus meinem Bericht. Und so wie ich das sehe, sind keine weiteren Ermittlungen notwendig. Allerdings werden wir diese Dungeons schließen müssen. Sie weiter zu plündern wäre eine wissenschaftlich begangene Straftat. Keine Sorge, wir lassen euch nicht einfach links liegen. Euer Kontakt mit außerdemen Kulturen zwingt uns zum Handeln. Ehrlich gesagt würde ich am liebsten euer Gedächtnis ausradieren. Aber das ist aus gutem Grund nicht mehr gängig. Uh, dieser Planet hat sich nie wirklich erholt. Wie dem auch sei, wir werden euch in das DHA aufnehmen. Was das ist? Das dimensionale Handelsabkommen natürlich. Als Mitglieder dürft ihr mit anderen Dimensionalen legal handeln. Die Vorbereitung für die Aufnahme dauert allerdings etwas. Du solltest die Menschen hier erst einmal darauf vorbereiten. Schön, schön. Ein Strich weniger auf der Liste. Packen wir es, Leute. Wir kommen bald mit den entsprechenden Verträgen zurück. Also, es war mir eine Freude. Nein, eigentlich nicht. Eher das Gegenteil. Aber was soll's? Ach ja, erzählt niemandem davon, dass ihr diese Dungeons verwendet habt. Sonst müssen wir euch leider doch festnehmen. Und die Regeln. Ich hab sie nicht gemacht. Aber egal. Friede sein mit euch und so. Nun gut. Ich weiß immer noch nicht, was genau passiert ist. Aber was ich mir sicher halt sagen kann, ist, dass du dieser Welt einen großen Dienst erwiesen hast, Jungchen. Aber könntest du das nächste Mal auf mich hören und zu Hause bleiben? So viel Aufräumen ist zu viel für meine alten Knochen. Gehen wir in die Stadt zurück und verbreiten die guten Nachrichten. Okay. Boom. Das war's. Auch dieses Spiel ist durch. Ärgerlich. Hat mir echt Spaß gemacht. Ich muss keine Updates dafür, dass vielleicht neue Dimensionssachen kommen. Oh, wir können es beschleunigen. Bam. Blubububububububub. Also das Spiel ist echt gut. Ich kann es jedem empfehlen. Bin mir aber nicht sicher, ob es wirklich diese 24,99 wert ist. Dafür ist es doch zu wenig. Bin ich. Mein Gott, wie viele Arons arbeiten denn da? Aron, 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 Aron. Und viele Adams. Ja, das sind die ganzen Kickstart- und Backpackers, die das Spiel finanziert haben, sozusagen. So spielen wir. Ja, was sagt ihr dazu? Schreibt es mir in die Kommentare. Sagt mir mal, wie das Spiel fandet. Ich fand es sehr angenehm. Gut zu spielen. Schwierigkeitsgrad war okay. Liegen wir ein bisschen höher, mal ein bisschen niedriger. Wieder im Dorf. Haben wir unendlich viel Kohle. Aber können wahrscheinlich gar nichts mehr machen. Na. Nö, es gibt ja nichts Neues mehr. Das ist leider schade. Können wir natürlich die anderen Sachen noch machen, wenn wir Lust haben. Aber das macht nicht so viel Sinn, finde ich. Wir gehen nochmal kurz zurück zu den Dungeons. Mal sehen, ob die wirklich zu sind. Ja. Aber wie gesagt, das hat mich sehr gut unterhalten, das Spiel. Macht mir Spaß. Sichtlich sind sie nicht zu. Das ist zu. Okay, man könnte jetzt noch farmen und aufbauen, farmen und aufbauen. Das ist nicht so viel Spaß. Aber vielleicht passiert ja noch was. So. Irgendwann. Was lustig ist, wir könnten mit ihm reden. In zwei Tagen, das tut mir spät. Aber den könnte man gut Geld an Vertrauen und kriegt richtig viel Geld von dem wieder. Glaub man gar nicht. Das ist aber so. Nichts Neues für mich, ne? Nee. Ja, Leute, das war es dann leider mit dem Spiel. Ich behalte es im Auge. Vielleicht kommen wir noch Updates. Dann werden wir die Updates mal anschauen. Können wir noch irgendwas verkaufen hier? Mal mit. Mal mit. Haben wir alle Deporationssachen auch gekauft. Gerade schade. Können wir ja nicht mal mehr was verkaufen. Dann müssen wir sich betreten dürfen eigentlich. Das machen wir natürlich noch. So, ich... Oh, warte. So, ich lege mich schlafen. Ihr könnt euch auch schlafen legen. Ich danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Let's Play zu einem neuen Spiel wieder dabei. Okay. Ich... Ach, zum Abschied. Ich werde ab Freitag denn auch Pokémon Let's Go streamen. Nicht streamen. Let's Playen. Wer also Lust hat, sich das anzuschauen, darf es gerne bei mir tun. Ich weiß, es werden drei Milliarden andere Let's Player auch tun. Aber so ist das nochmal. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüss. Gute Nacht. Will. Tschüss.